Salam aleyküm und herzlich willkommen diesmal aus Istanbul in Üsküdar. Ja, heute ist der zweite Tag vom Bayram und wie ihr seht, ist hier eine Menge los. Also so habe ich Istanbul noch nicht erlebt. Und ich war auch noch nie hinter mir, genau, beim Jungfrauenturm. War ich noch nie, hat sich noch nie ergeben. Also entweder war da mal geschlossen oder es wurde renoviert oder eben wie jetzt. Es ist so voll, dass man warten muss, bis man drankommt. Aber gucken wir mal, je nach Lust und Laune werde ich warten. Ich meine, wie gesagt, ich war da noch nie. Ich habe das ungefähr viermal probiert. Wenn es diesmal nicht klappt, dann kann ich ja dann wieder warten. Macht ja nichts. So, und jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar ICAMET. Ja, da bekomme ich ja jetzt da wieder häufiger Fragen bezüglich ICAMET, was sich da geändert hat, ob es da jetzt neue Gesetze gibt und, und, und. Im Großen und Ganzen hat sich ja nichts geändert. Wer also Wohnung kauft, muss im Tabu ja den Betrag von 200.000 Dollar umgerechnet in Tele drin stehen haben. Also wer es jetzt neu kauft. Und ich habe auch viele Fragen bekommen bezüglich, dass die Apostilen sechs Monate lang gültig sind. Gilt ja aber nicht für Verlängerungsanträge. Und das ist immer auch so eine Sache. Beispielsweise eine Geburtsurkunde. Eine Geburtsurkunde ist halt eine Geburtsurkunde, die wird sich nicht ändern. Da ist es jetzt nicht so tragisch, wenn jetzt ja auch ein Jahr alt ist. Aber bei einer Heiratsurkunde ist es wiederum etwas, ist es wiederum etwas anders. Weil man kann sich ja scheiden lassen und deswegen sollte beim Erstantrag eben die Apostille nicht länger als sechs Monate gültig sein. Wobei ich generell empfehle, dass beim Erstantrag die Apostille nicht älter als sechs Monate sind. Beim Folgeantrag ist es egal. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass man beim Folgeantrag oder beim Verlängerungsantrag jetzt dann nochmal neu sich eine Apostille ausstellen lassen muss. Was ja auch blöd wäre. Das ist das eine. Das zweite ist, aber jetzt wird auch egal, beim Folgeantrag, das betrifft aber jetzt nur den Folgeantrag, Neuanträge nicht. Weil das beim Neuantrag auch nicht technisch möglich ist. Und zwar, dass man sich von der PTT eine sogenannte UETS-Adresse anlegen lässt. Also Ulrich Emil Theodor Siegfried. So buchstabiert man das. Ausspricht tut man das auch tödlich mit UETC. Wie funktioniert das? Man geht mit der E-Commit-Karte und man geht gemeinsam mit dem Reisepass zur PTT und sagt UETC-Adresse. Das heißt bitte. Das dauert wenige Minuten. Dann bekommt man eben einen Zettel dazu und man hat die sogenannte UETS-Adresse. Was ist das Ganze? Nichts anderes als ein digitales Postfach sozusagen. Was ja auch meiner Meinung nach ziemlich Sinn macht. Warum? Weil dieses Postfach ist dazu da, dass man eingeschriebene Briefe bekommt. Wenn Ihnen das Postfach etwas einbelangt, wird man per Mail und per SMS benachrichtigt. Und das Ganze kann man dann einfach online öffnen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Einschreiben vom Gericht zur Gerichtsverhandlung. Dann sieht man das. Ort, Datum, Zeit etc. Und deswegen macht das ja auch meiner Meinung nach sehr viel Sinn, dass man das auch hat. Wie gesagt, betrifft aber nur den Folgeantrag. Weil beim ersten Antrag kann man sich das ja auch gar nicht anlegen lassen. Weil man da auch keine ICAMET-Nummer hat und so weiter. Also aktuell ist es beim Folgeantrag. Vielleicht ändert sich das beim ersten Antrag. Mal sehen. Ja, da ist jetzt ziemlich rush hour hier bei dann. Wenn ich da jetzt zurückdenke an 2020, 2021, darf ich ja damals wirklich das alles hier vermissen. Dass es da so viel los war halt. Genau. So, was ich euch noch ans Herz lege, ist folgendes. Und zwar gibt es da Leute, die so von sich aus behaupten, ja, ich hatte zwar Probleme, was auch immer. Ja, es ist jetzt egal bei welcher Anliegenheit, also bei einem Amt zum Beispiel. Ja, und dann erzählen die Leute von sich aus, ja, da habe ich einfach Schokolade mitgebracht, habe es ihm geschenkt und die Schokolade habe ich da quasi mein Problem lösen lassen. Ja, also das wissen die Beamten, dass da so geredet wird. Ja, und erstens einmal ist es nicht so, ja, also wenn es jetzt etwas ist, was zum Lösen ist, das löst man gerne. Ja, aber wenn es nicht zum Lösen ist, dann löst man es eben nicht mit, ja, nur weil da jetzt Schokolade geschenkt hat oder Schmiergeld oder so. Ja, das gibt es nicht. Deswegen so meine Empfehlung an euch, ja, ihr halt nicht mit der Einstellung hingeht, so mit Schokolade lasse ich alles machen und schon auch gar nicht das rum erzählt, ja, weil die Beamten wissen ja, wer da was erzählt und so weiter. Fragt nicht wie, sie wissen es einfach, also es ist die Sache. Ja, so viel von mir, ja, also eigentlich nur am aktuellsten sind eben die zwei Änderungen. Erstens einmal die Apostillen, ja, aber wiederhole ich jetzt nochmal, so wie man eigentlich das ICAMET beantragt hat, ja, so stellt man auch seinen Folgeantrag und dann eben auch so weiter. Ja, also da wird sich nichts, also aktuell ändert sich da jetzt nichts für die Leute, die dann irgendwann einmal einen Folgeantrag stellen müssen. Ja, das betrifft jetzt einmal die Apostillen, die eben sechs Monate gültig sein dürfen, also nicht länger als sechs Monate. Und eben die UETS-Adresse, ja, was dann die Verlängerungsanträge betrifft, da kriegt man eben von der PTT so einen Zettel, den Zettel legt man da einfach mit, dass die Behörden einfach sehen, okay, passt, ihr habt ein digitales Postfach, wenn da irgendwas einmal sein sollte. Gibt es da keine Ausreden wie, ja, habe ich nicht bekommen, wusste ich nicht, etc., etc. Das ist eigentlich alles, was neu ist. Ich genieße jetzt den zweiten Tag von Bayram in Istanbul. Irgendwann einmal, vielleicht heute Abend oder morgen oder übermorgen, werde ich nach Bursta fahren, werde mir dort alles mal angucken. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich den Jungfrauenturm besuchen kann. Das wird mein erstes Mal werden. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Schlange ist da auch riesig. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.